Also irgendwie, komm ich kann gar nix machen! Ist schon richtig übel hier, also wirklich. Man kommt zu gar nix! Wann man immer attackiert wird! Ich mein, kann man hier schön Dingen sammeln, da kommen wieder welche. Ob sie eigentlich komplett, naja. Ist das so n übel, ey! So. Ich muss schon sagen, das ist ganz schön anstrengend. Ist gar nicht so einfach. Ach. Wollt ihr verreckt, wie es sich gehört? Könnt ihr dann... Böde Androiden! So, alle meinen Tarn hier, damit sich alle wieder aufladen können. Ja, er ist auch erledigt da. Ja, ich wein! So. 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 für ein Netz. Ja, ich war hier ein Grimmigratan und dann kommen sie wieder angelaufen. Also irgendwie kannst du hier nix machen. Na? Geht doch. So, lass dich mal auf. Müsst dich eh noch mal heilen hier. So stark verletzt, ey. Sieht's ja gar nicht. So. Ey, das ist unglaublich in meinen Augen, ja. So, Tani, Tani wieder. Der zieht die, auch wenn der irgendwie kaum Energie noch hat. Weil, kann ich alle versorgen noch. Aber ich muss ihn noch mal aufladen lassen. Damit wir wieder ein bisschen Energie kriegen, damit wir ein bisschen was machen können. Oh, nochmal zwei. Ja, da habe ich jetzt hier eher auf Fernkampfeinheiten gesetzt, ich weiß. Ach, was willst du da hinten? Hm. Die Grenze sieht schon nicht aus, keine Sorge. So, den muss ich mal rausnehmen. So. So. Okay. Können wir nochmal speichern. Jetzt haben wir nämlich alles voll. Jetzt können wir mal... Es muss mit der... Einheitreihe, mit der Einheitkombination reichen. Ich habe jetzt eher Fernkämpfer. Weil die in meinen Augen sind sinnvoller, weil die entsprechend... ...auf die Fernung schießen können. Die können nicht so ausschalten, bevor die überhaupt mitkriegen. Falls ich jetzt falsch liege, wenn wir das mitkriegen. Bald. Sehr bald, denke ich mal. So. Na ja. Und die kümmern euch mal hier drum. Können wir ein bisschen Trophäen sammeln. Brauchen wir zwar nicht, weil optional ist jemand erreicht. So. Mal gucken her. Irgendwo muss ich ja welche geben. Mal gucken, ne. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wie gesagt, diese Umrisse gibt es schon in der Marine-Kampagne. Habe ich ja dahin nie festgestellt, dass es sie gibt. Also zwar jetzt sehe ich die mal sofort. So. Mal gucken hier. Mal vorsichtig agieren. Freiwillige St rum. Tarn Luther w DM, 100 Hälfte haben wir noch. Nur missin vorsichtig agieren, vorsichtig vorsichtig. Ob hier irgendwas ist, ob hier irgendwas lauert, da... Ah! Tigs gegen. Rück zur R�k sofort. Ah, niemand Boa innen. Zu mir nie ohne Kupfe. Vielleicht ihnen nicht. Das bis zuп enden. Erledigt Gibt's ja nicht So Tja, das gibt's ja nicht Einer war zwar erwischt, aber Wir haben auch einen verloren dabei Kommen der Ersatz Gleich Ersatzeinheit War wie angefordert Ja, ja Na, ne? Freilwohl läuft jetzt eigentlich hin Wieso eigentlich? Es ist total freie Fläche Nur Ja Einen haben sie voll erwischt sofort So Okay Mal kurz nachladen lassen Damit es gleich weiter geht's Damit es gleich weiter geht Also da war Sandvikunnen auf jeden Fall Und da waren hier Menge Einheiten Die da rausgeströmt kamen War nicht sehr toll Oh Oh, sind wir gleich fertig hier, ne? Sind gleich alle aufgeladen Dann kann sie auch wieder ein bisschen regenerieren Hier Na komm her Na, komm her Ja, die Musik geht Die Musik ein bisschen mehr aktiv, finde ich, ja Finde ich glaube ich, so Okay, jetzt geht's weiter Jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter Ist der wieder los Also da war auf jeden Fall was los Da unten Dann können wir gleich weitermachen Gleich wieder dahin Und gucken Aber ich muss mal aufpassen, dass mir dieser Flammenwerfer Also Flammenwerfer war nass glaube ich Nicht entgegen laufen Aufpassen, weil die könnten nicht ganz übel werden Im Nahkampf brennen die uns einfach nieder Die putzen weg Im Spiel hat er zwar eh ausgeraten Halt Oh, mir Schwein So, halt Halt, halt, nee, nicht, nicht einen Fehler machen Vor den zu laufen Oh, das sieht doch besser aus So Sentry Gun Ah ja, Sentry Gun war da auch So, jetzt können wir den mal In den Cockpit nehmen Oh, hier ist's Ha, zurückziehen Ja, das war natürlich sein, sein Problem Die sehen uns ja nicht mehr Da sind die Menschen in Basis hier Das war natürlich sein War natürlich sein, das war natürlich ein Fehler von ihm Und der als Einzelner sind tätig Und der zu laufen So Ich mach Erichs hier einfach mal Ich mach Erichs hier einfach mal Das ist mir angeschlagen Mal abwarten Bis wir mal genug Energie gesammelt haben Dann müssen wir noch ein zweites Rein mitnehmen Als mobile Einheit Aber leider gibt's das nicht Das wird natürlich ne Weile dauern bei dem hier, ne Der sich reparieren soll Und der sich wieder regenerieren soll Aber ob das lass ich mal, mach ich hier mal hier oben Achja, jetzt will ich hier beide Wir drücken hier beides, naja gut Komm her Verzieh dich mal So Wollen wir da mal rein Wollen wir mal vorbeigucken Was hier so ist Jedenfall Wollen wir mal hier rein Wie das aussieht Hm Das kümmert die gar nicht Der ist hinter der Wand glaub ich Ist natürlich gleich mal hier grad Ein bisschen frei räumen Für später Ich werde natürlich nicht rein gehen Noch nicht Ich glaub ich werde mal den Außenbereich mal erkunden Aber das hilft gerade nur Ungemein So Aber hier zu mir mal Ja, können wir mal Machen wir mal eine kleine Rücktour Zurück Oh Wollte den Grat heilen lassen Aber Ja, ich wollte den Grat heilen Ja, da kam die plötzlich Da kam die Brüder plötzlich erlegt Naja Der Satz ist ja auch noch am Weg Die greifen uns trotzdem noch an Aber die wurden mal aufgeschreckt So Hören wir mal die Köpfe mit So, noch einer hier So Eigentlich haben wir jetzt genug Ressourcen erstmal So, okay, dann haben wir das mit dem Eingangsbereich Ja, hier unten ist ne Basis Da müssen wir auch noch rein später Aber Ja, 15 Minuten schon gebraucht Ich speichern mal ab Obwohl Nein, noch nicht Noch nicht Weil Warte ich bis hier wieder aufgeladen sind Hier Dann geht das Können wir gleich wieder loslegen Nach dem Nein laden Seit ein paar Sekunden noch zu warten So, so, so Alles da Alles aufgeladen Jetzt können wir mal speichern Also Den Kommentaren können wir relativ gut durch Aber Einzelne Gruppe mal auseinander ausheben Das ist ganz gut Aber Natürlich Dauert es immer länger als die Mission Zweit Ich frage mich grad wie man das überhaupt schaffen soll Ey Wie man das überhaupt Wie man das vernünftig schaffen soll Ich hab nicht mehr ein Smartgarner jetzt gefunden Äh, jetzt dann getötet So, jetzt gehts weiter Als Hunter Mein Name ist Hunter Ich glaube es gibt ja so Podator im AWP Wie werden der Hunter heißt Ja Gibt es ja wirklich Ich Gibt ja wirklich ein Handhalts Name Zumindest Ist Ist Weil auch nicht viel Wie bringen die denn Na ja 40 Ein paar Köpfe Aber ein bisschen Abwechslung in der Sammlung Bestimmt auch nicht Hä Ein bisschen Abwechslung in der Sammlung Ist immer ne tolle Sache Ein bisschen Abwechslung in der Sammlung Ein bisschen Abwechslung Abwechslung in der Sammlung Bist lich Erst Abwechslung Abwechslung Abwechslung